Morgen, ich begrüße euch hier mal wieder bei der Borosportwelt. Ich zeige euch heute mal von ExpoFMA die Skorpion 3. In diesem Set sind folgende Sachen enthalten. Eine Armbrust, ein Anbauköcher, eine Spannhilfe, ein Tragegurt, drei 20 Zoll Carbonbolzen, ein Wachsstift, diverse Innensechskantschlüssel und ein 4x32 Scope. Die ExpoFMA Skorpion 3 Compound Armbrust ist eine durchaus starke Armbrust. Sie kommt in einem modernen Design daher. Es gibt sie einmal in schwarz und so wie hier zu sehen in Forest Camo. Die Armbrust verfügt über einen stabilen Lauf aus Aluminium, leistungsstarke Wurfarme aus Fieberglas, ein weiterentwickeltes Compound-Zugsystem mit CNC-gefrästen Camps und zwei 20 mm Picatinny-Schienen zur Befestigung von Scopes und anderem Zubehör. Ihr hochfester Schaft aus Kunststoffverbundwerkstoff mündet in eine Schulterstütze, die in der Länge verstellbar ist und an moderne Gewehre erinnert. Die Wangenauflage ist dabei ebenso nach oben verstellbar. Selbst den Griff in der Mitte der Armbrust kann man nach Belieben verstellen. So ist die XBO FMA Skorpion 3 optimal auf die Statur und Bedürfnisse jedes Schützen anpassbar. Für den nötigen Schutz vor Beschädigung durch einen Leerschuss verfügt sie über eine patentierte Sicherung, die sogenannte 3-Fire-Inhibitor-Technologie, die verhindert, dass die Armbrust ohne Bolzen geschossen werden kann. Außerdem ist sie mit Sehnen und Vibrationsdämpfern ausgestattet. Genug der trockenen Theorie, dann kommen wir mal zum Schusstest. Bei den mitgelieferten Bolzen handelt es sich um Carbonbolzen, die ein Gewicht von ca. 370 bis 375 Gren haben. Das sind umgerechnet ca. 24 Gramm. Dann haben wir einmal 396 FPS. Wieder 396 FPS. Und noch einmal 397 FPS bei dieser Armbrust und den dazugehörigen Carbonbolzen. Okay, während der Schussabgabe auf ein Ziel von 40 Metern gebe ich noch mal ein paar technische Details zur Skorpion 3. Das Zuggewicht ist 200 Pfund, Geschwindigkeit ca. 405 FPS, das sind 444 kmh. Die Geschwindigkeit des Bolzens im Flug sind ca. 123 Meter pro Sekunde. Die Länge inklusive Fußbügel sind 91 bis 98,5 Zentimeter, je nach Auszug der Schulterstütze. Die breite Achse zu Achse 40 cm im entspannten Zustand und das Gewicht sind 3538 Gramm. Mein Fazit zur Armbrust, sie lässt sich gut spannen, perfekt ist die Leerschusssicherung, das Gewicht der Armbrust ist ein gutes Mittelmaß und die Skorpion 3 ist in ihrer Gesamtheit sehr robust. So, das soll es dann auch erstmal wieder gewesen sein und wir sehen uns wie immer bei der Bogensportwelt. Jetzt beispielsweise die Fahrt oder die Fahrt, die Fahrt oder die Fahrt, die Fahrt oder die Fahrt. Vielen Dank.